Wann wird es endlich besser? Wann hört der Regen auf? Kommt vielleicht sogar noch mal der Sommer zurück? Ja, der Sommer, der ist gerade schon auf der Zielgeraden, denn für uns Meteorologen beginnt ja jetzt am 1. September schon der Herbst. Ja und richtig herbstlich ist jetzt schon das letzte offizielle Sommerwochenende. Der Samstag ist nass und kühl und der Sonntag, das sieht nicht wirklich besser aus. Da gibt es sogar noch mehr Regen. Einige Regenwolken ziehen da durch. Und das Ganze staut sich vor allem am Nordrand der Berge wie Erzgebirge, Thüringer Wald, aber vor allem an den Alpen. Da können allein im Laufe des Sonntags 50 bis 80 Liter Regen runterkommen. Das heißt, die Hochwassergefahr steigt da stellenweise an. Ein paar Lichtblicke gibt es am ehesten im Nordwesten. Ja und von Norden her wird es sogar ein bisschen wärmer. Da steigen die Temperaturen mit Sonne mal auf 20, 21 Grad unter den Regenwolken. Bleibt es aber ziemlich frisch mit 13 bis 18 Grad. Ja und zum Starten die neue Woche weiterhin Regen. Und das bekommt vor allem wieder die Osthälfte und auch der Süden ab. Also die Hochwassergefahr steigt auch am Montag noch ein bisschen an. Die Pegel der Flüsse, die steigen weiter. Und das betrifft vor allem Regionen Richtung Erzgebirge und Alpen. Im Nordwesten, da wird es schon ruhiger. Da bleibt es meistens sogar schon trocken. Bei den Temperaturen tut sich noch nicht allzu viel. Wir bekommen 15 bis maximal 21 Grad im äußersten Westen und teilweise auch im hohen Norden. Dann der Dienstag, der letzte offizielle Sommertag. Und tatsächlich gibt es dann im Westen schon längere trockene Abschnitte mit ein bisschen Sonnenschein. Aber sonst geht das Tiefdruckwetter noch weiter. Da gibt es noch einige teils kräftige Regengüsse und Gewitter. Die Temperaturen bleiben bei 16 bis immerhin mal 22 Grad im Westen. Und dann die ersten Herbsttage, die werden ein bisschen sommerlich, zumindest ein bisschen. Es wird nämlich Tag für Tag von Westen her freundlicher und auch wärmer. Wir bekommen immerhin bis zu 25 Grad.